Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind Lotta und Josh von TriatFit.de und unser Leben besteht aus Triathlon. Naja, nicht so ganz, oder? Naja, nicht so ganz, aber als Podcaster, Autor, Triathlon-Trainer und ja, wir machen den schönen Sport ja auch noch selber, also Triathleten, da geht schon ganz schön viel Zeit drauf für Triathlon, ne? Ja, okay, gut, kann man tatsächlich mal so ein paar Stunden in der Woche rechnen, hast du recht? Ja, kann man, kann man, aber ja mit Recht auch, ne? Ja, definitiv, wir sind nämlich der Meinung, dass Triathlon der geilste Sport der Welt ist und damit du auch davon erfährst, haben wir hier diesen YouTube-Kanal und möchten dir mit unserer Mission zeigen, wie geil der Sport ist. Ja, also, schau dich um, such dir Videos, hol dir Tipps, lass dich anstecken und dann mach Triathlon. Los geht's! Ja, ich bin 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 ja